herzlichen Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 wir spielen heute ein bisschen Rally ich bin bei einer neuen Waffe wir haben da ein Spaß gemacht da liegt Manni auf dem Boden Leute waren Beifahrer schon über einen mit Baum nein wo wollen hä Können mich mit dem Maike, das sollte mithalten. Was? Down. Zack. Ja, ich geh. Down, motherfucker. Bist du... Wieso? Ich mach' jetzt nen Auf-... Gar. Ich hab' auch gerade in die Leichenhalle auszugeschafft. Vielleicht geht's weiter mit GTA Online im Tuning... Treff. und dann hat man die Schnauze aber Lengen der Motos wollen Oh guck mal, ich will wieder kostenlos hier wenn ich ihn wieder bekommen bei Lengen der Motos Egal, Randale! Sankt! Das ist noch eine alte Randale. Was? Ich finde, das ist voll die Kindergarten. Also, wenn man sich mal überlegt, aus welchen alten Zeiten die ist. Ah, Mann! Altschus-Sympan ist tot. Ah! Gut, der Schluss! Lalalalalala! Banz! die auf jeden fall in diese banden stirbt doch mit dieser gang nein hat die war war es da liegt der leute die noten trifft wenn ich ihn mit der an die erst doch wir ab jetzt Nein. Ein Monat gegangen. Get down. Macht einfach ultra schade. Nein. Okay und jetzt gehen wir in den GTA 5 Online-Modus. Über. und vielleicht erwartet euch heute noch das magotastigste blog oder wie lockt oder vielleicht vielleicht doch nicht vielleicht noch nie ditte leil 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 fest dass ich trage Oh, was hat sie? Nur 5 Minuten Randal.. Jemals verabschieden wir uns auf für 5 Minuten Randal.. Nein, du und ich. Wir haben jetzt noch GTA 5 Online Spiel! Ja, wir haben doch nur gesagt, dass wir nur Randare machen. Nein, dann plan Ende Ruhm. Nee. Du. Nee. Du. Wieso gehen da alle ein Glade? Nee. Gott. Ah, wirst du, ich stelle mal ein Auto. Oh, was ist mein Red Loader? Ich dachte, ich war mein... Meint mir nicht irgendwann elektrisch. Aber egal, ein Red Loader ist ein geglitschte. Gleich kriegt man Steine von bei Kupen. Ja. Und... Ich hab mir noch nie... Für das erste Mal so wie erwartet, aber... Später. Nein, 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 nein! Was ist das? Du, wie, helft! Du, 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 du! D-Anismus! Fachis haben so viele Spieler in der Lobby Kopfgeld ! In der D allun'haf Kopfgeld Die Dette erlboro erl ponto xx k то xx k to Du meinst doch. Egal, wir sind ja hier in einer Aufnahme. Da hätten wir die eh nur gestört. Nein! Oh, geht's nicht. Nein! Nein! Loll. Wieso habe ich jetzt wieder 10 Schuss? Das habe ich nicht. Sorry. Oh, nein, nein... Ich habe das fehl. Nein... Ich habe mich nicht machen. Ich bin ein 한 vulnerability. Ich habe mich nicht mehr, ich habe mich nicht mehr von mir. Ich bin nicht mehr von mir. Schmitz schreibt mir Apartment. Da will mich jemand im Internet proben und holen. Oh mein Gott, okay. Ich gehe da jetzt mal hin. Vielleicht darf ich das vergewaltigen. Oh, Rinder. Hä? Hey. Nu haben wir viele Kommen rein. Wie? Wir haben mal hier die Garello rein. HELLO! Das kann ich halt da. Husten. Ich baue mal rein. Hey, 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 hey. Ich rauche gerade mal einen Join. Alter haben wir gegen Donald Jones. Leute, wir gehen in die Garage von ihm. Hat er hier irgendwas Großes vor? Alter! Ich glaub, der lecker war. Oh, die gibt's nicht mehr. Ich hab keine Zigaretten mehr. Erzähl ich, dass ich keine Zigaretten mehr habe. Oh, wir haben noch jemanden. Da. Da kannst du die Wand knallen. Weil jetzt würdest du doch verblieben. Da rauf die ganze Zeit. Die. Die. Kann ich weiter zeigen? Ja. Ich rauf die ganze Zeit. Entspann dich, ich rauch nur noch einen. Also, ich trete jetzt mal ganz kurz bei. Ja, ich bin da. Nein, das ist nicht mein Apartment. Wer ist der? Ja, ne? Ey, nie den Schlagen. Weil das Kopfgeld, oder? Ne, der hat nicht Kopfgeld. Oh, sorry. Hilfe! Ja, die andere. Ne, ich kill's nicht. Also, wenn ihr mich nicht kühlt, kühlt ich auch nicht. Will ich da am Boden? Nein, ich schieße nicht ab. Oder was immer hier vor mir steht. Hiermit beenden wir die Folge GTA. Ciao! Ciao!